Wie ist dein Name? Annabelle. Ich bin Oskar. Freut mich sehr. Tatsächlich? Bitte was? Was erregt dich noch? Dich zu sehen, wie du mit jemandem schläfst. Dich zu sehen, wie du mit jemandem schläfst. Dich zu sehen, wie du mit jemandem schläfst. Dich zu sehen, wie du mit jemandem schläfst.